hallo leute und willkommen zurück zu einem weiteren one pack per day es war tavernenballtag und ich habe mich in der taverne immer wieder zu tode gelangweilt ohne das ist wirklich wieder keine gute woche bisher fand ich im lustigsten nefarian und das war es dann auch bisher und epic 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 levee die romann zugegen wirklich nicht virtuell gespielt wenn dann in der arena aber das war es dann auch im normalen deck 9 die wolf alpha sehr starke karte im bakalım einfach wegen den ex wegen den ganzen vielen minions die man ausspielt und über den besonders wichtig dabei ist das positioning also wo man die mit den 10 stellt und ja deswegen ist das ein sehr guter karte shadow step hatte ich schon einige mal was zu sagen da war früher gut jetzt kaum noch verwendet außer vielleicht für einen mill woke unsere epic ist nein spielte nicht dass sie hundert schau adios unsere wer ist holy waff hatte ich glaube ich im drittletzten part was gesagt war so langsam komme ich komplett durcheinander bei 15 21 21 parts keine ahnung ich glaube schon auf wie vor holly waff draw a card and deal damage to its cost ja ist in ordnung aber wir trotzdem nicht gespielt wirklich nicht nein wirklich nicht also könntet ihr staub draus machen weil ihr werdet sie nicht brauchen ihr werdet kaum im metagame aktuell finden wo sie gespielt wird wobei das problem natürlich ist vielleicht wird sie ja jetzt in einem control paladin gespielt jetzt wo neue karten rauskommen man weiß es nicht jedenfalls freue ich mich über mein stopp ein stopp gibt mir mein staub die mir mein staub 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 wo sagt da ist er adios die hunter karte was sie deadly shot ja komm bleib einfach drin jetzt nicht so schlimm wenn du drin bleibst komm ich behalte holly waff auch mal drin so 1365 staub vielleicht teilnuss oder vielleicht je nachdem was tgt the grand tournament ja tgt ist jetzt aber so mit sich bringt wir sehen uns dann morgen wieder bis dann ciao